So, liebe Leute, ihr seht schon, es geht heute weiter mit FIFA und es geht heute weiter gegen den 1. FC Nürnberg. Wir machen weiter auf die Jagd nach dem SC Freiburg. Momentan sind es 7 Punkte auf die Freiburger. Ja, es klingt fast unmöglich, aber mal schauen. Los geht's. Heute, wie gesagt, zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. Zu Hause hat man schon gespielt. Wir wollen heute in Nürnberg schlagen und danach. Jetzt geht's weiter mit Darmstadt. Also, ich habe mal in der letzten Folge schon nachgeguckt, dass ich gegen Freiburg erst im April spiele. Also spät erst. Das heißt, wir müssten vorher schon zwei Spiele verlieren. Und ja, sie haben jetzt 21 Spiele nicht verloren. Es wird eng werden, definitiv. Ich denke mal, wir werden zweiter. Wie weit ist es in Darmstadt nach unten? Zehn Punkte. Mittlerweile auf Darmstadt sind es sogar elf. Da sieht es relativ gut aus, dass wir vielleicht sogar ein zweiter durchgehen. Aber mal gucken. Ist ja noch ein paar Spiele. Na gut, gehen wir rein ins Match. Bzw. erstmal in die Presse. Gott verrät's. Ich muss leider ein bisschen rotieren. Und wie ihr kennt das, Morgala hat im letzten Spiel die rote Karte gesehen, seit zweiter Platz bei der Saison und beide gegen sein Nix-Klub. Im Endspiel mit einer roten Karte wegen Notbremse auf dem Platz geflogen. Jetzt mit der roten Karte wegen einer absolut unnötigen Foul ebenfalls vom Platz geflogen. Na gut. Ich werde mal ein bisschen durch. Was heißt durchrotieren? Das ist jetzt keine Entscheidung gegen Mainz, sondern einfach nur mal eine Entscheidung für alle in unserer Jugend. Auf geht's gegen Nürnberg. Karte bei Lua rutscht in die Startelf. Das heißt, jetzt können wir hoffentlich in die erfolgreiche dieses Spiel drehen. 60 haben wir geschlagen. Jetzt wollen wir Nürnberg in den Fall schlagen. Ja. Ein wichtiges Spiel. Ein mit Spannung erwartetes Spiel. Ein Spiel, das uns mit Sicherheit nicht enttäuschen wird. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Max-Morlock-Stadion, wo es heute leider schon den ganzen Tag regnet. Ich begrüße Sie zu dieser Partie. Wollfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatoren-Team. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Genau so ist es. Spieltag Nummer 22 steht ja schon an. Jawohl, natürlich heute in die nächste Runde. Und dann müssen wir den nächsten Sieg einfallen, damit wir weiter dranbleiben. Spieltag Nummer 22 steht ja schon an. So, auf geht's. Anpfiff und los geht's. Ja, schade. Geister gut dazwischen gegangen. So. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Ja, gut. Ja, versucht er jetzt mal ein bisschen was zu machen. Schön. Ekel auf der ist jetzt. Und gut, Klaus. Der Ball kommt rein. Ja, schade. Ja, das wäre gefährlich gewesen, wenn der Ball in die Mitte gekommen wäre. Aber das macht es. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit der besten Offensive. Mit der besten Offensive gehen sie in dieses Auswärtsspiel. Und ich glaube, sie setzen auch heute wieder genau auf diese Sterne. Klar, Auswärts überlässt man häufiger gerne mal dem Gegner die Initiative. Oh, das war viel, viel Glück dabei. Weil der hätte auch durch ans das Tor fallen können. Aber ist halt noch nicht. Ja, das war doch kein Abseits. Da unten war, war immer noch der Rund, das aufgehoben. Nee, alles gut. War doch richtig. Das war ein bisschen was, was keimt gewesen war. Aber leider war es Abseits. Ja, das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Ja, 60 haben wir geschlagen auswärts mit 5 zu 1. Ah, das ist so bitter. Das kann die Führung werden. Jetzt ist das halt so. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann macht er alles richtig. Hat er Schuss aus der Halbgestattung. Besser kannst du das Ding nicht verwerben. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, also Lübeck 4 zu 0. Das heißt, wir laufen hier tatsächlich den Alleingang. Nicht das erste Mal den Bruchstall hinterher. Er steht gut und holt sich den Ball. Und das ist natürlich wieder bitter. Ja, mehrer. Ja, mehrer. Ja, der wacht aber stark momentan. aber gucken wir aber glück haben wir noch mal aus welcher will kriegen mal sehen wie sich das noch weiter soll es keine abseits das passt ich auch noch mal auf die wiederholung das ist richtig gut gespielter konnte und dann alleine gegen zwei da bist du machtlos da war nichts mehr zu machen und damit alles auf anfang entsteht eins zu eins auch die torte mal 19 oder eine so schlechte möglichkeit gewesen da kommt die flanke aber gut aber die flanke war nicht gut abseits des geschehens jetzt können sie vielleicht vielleicht dann doch noch mal ja und dann ist es und jetzt da doch immer ein in die zweiten 45 minuten und schauen aber das spiel vielleicht so gedreht bekommen und quasi unsere siegesserie so ein bisschen zu wieder halten außer san pauli haben wir ja alle zu spieler jetzt gewonnen aber es wird nicht einfach werden da können sie konnte nur da gibt es zumindest die freistoß für uns das ist aber eine schlechte position der entscheidung hat ein ende demnächst läuft er für den fc liverpool auf ein echter kuh wollen wo ich frage das ist jetzt zu einer einigung gekommen bisher kriegen sie es doch noch gut geklärt die nürnberger da hat sie ja weil auf stelle da haben sie zu viel platz bei diesem drehblick und nummer 21 da kommt noch mal dieser treffer erst der ball und dann lässt er sich das nicht nehmen wenn er aus so kurzer distanz zum abschluss kommt die beiden treffen jeweils aktueller spielstand jetzt also 2 zu 1 jetzt der entscheidende pass und dann kann das mehr gefährlich geworden aber gut aufgepasst gut kacke jalur den schuss kann er blocken gut aufgepasst mal läuft gut ja und dann diese unaufmerksam weg ist der ball aber jetzt müssen wir ja schirkele ist da ist der ballbesitz angeht aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht sie haben sich diese führung erarbeitet mit effizienz mit einsatz zu spät gesagt dass da nicht mit kann die gelegenheit das ist vielleicht mehr regulär ist noch eine viertel stunde zu spielen ganz energischer einsatz energischer angriff jetzt sie suchen ja die fans geben nicht auf sie geben nach wie vor alles aber jetzt muss der funke natürlich auch auf die mannschaft überspringt die muss jetzt noch mal kommen ich darf eigentlich gar nicht platzen schade kommt nicht rein ja nürnberg ist aber dran wir wollen die wollen man merkt dass das die kämpft dass sie drauf gehen der blick zur uhr noch sieben minuten gleich war es das hier in dieser begegnung in der aktuell noch eine knappe führung für die gäste auf der anzeigetafel steht ruhig sieht alles gut aus so jetzt gibt es den wechsel die wechsel so mal gucken was wir da so machen können ich glaube schon so dass sie das hier schaffen können dass sie sich den kohlen waren bisher einen starken eindruck und sie sich auch erfahren genug dass hier nicht noch einbrechen also ich kann mir das zumindest vorstellen ja das ist einfach für nürnberg ich wollte ein bisschen schneller spielen aber jetzt hat der abkommst du sie noch ein paar minuten halt war wichtig natürlich dass sie da dazwischen gehen nachspielzeit eine minute weiter hoffen die fans auf den späten ausgleich in dieser partie und jetzt oder das wird dass der schiedsrichter den nürnberger langen fahrzeug haben ist es durch ein knapper sieg aber das kann ihnen völlig egal sein sie machen zwei bleiben also dran am sc freiburg den besten sturm überhaupt haben zeigen wo ihre stärken liegen und wenn sie die ausspielen dann ist gegen sie kaum etwas zu machen mitspieler frei jetzt kann der pass kommen so aufgabe jedenfalls gelöst pflichtaufgabe gelöst dann wird geschlagen derby gewonnen zweit hintereinander weg jetzt aber es soweit durch gut gehen wir kurz an die interviews danke dass sie direkt nach dem schlusspfiff zu uns rüber gekommen sind so keller perspektivspieler ja bin natürlich bereit aber den jungs da mal seine chance zu geben mit dem sogar noch stärker wird weiterspielen natürlich klappt wo sind wir denn nur eine zweite niederlage so neun spiel ja wir haben schon einigen spiel nicht mehr verloren ja stimmt tatsächlich war der letzte gegner verloren haben gut und in der nächsten folge nächsten spiel geht weiter in der abschabern tabell oh das ist schon mal wichtig das ist ein wichtiges fürchtiges spiel weil da können wir es wahrscheinlich dann klar machen dass wir definitiv nichts in der bundesliga spielen haben wir noch schaffen Bis zum nächsten Mal.